Bei seinem Besuch in China will der syrische Machthaber Bashar al-Assad nach den Worten Pekings eine strategische Partnerschaft mit dem Land vereinbaren. Assad war am Donnerstag erstmals seit Jahrzehnten wieder nach China gereist. Peking gehört zu seinen treuen Unterstützern und hatte Damaskus wiederholt durch eine Enthaltung bei Abstimmungen im UN-Sicherheitsrat geholfen. Nach jahrelanger weitgehender Isolation war Assad im Mai mit seiner Teilnahme an einem Gipfel der Arabischen Liga auf die diplomatische Bühne zurückgekehrt. In Hangzhou will Assad zusammen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping an der Eröffnung der Asienspiele teilnehmen.